Ein planbarer chirurgischer Eingriff ist immer auch eine Sache des Vertrauens, sowohl in den operierenden Arzt als auch in das gesamte Team. Viele Patienten wünschen sich die Sicherheit und Qualität einer medizinischen Versorgung auf höchstem Niveau. Dies bietet die Kuniberts Klinik in Köln. Die Kuniberts Klinik hat einen orthopädisch-unfallchirurgischen Schwerpunkt. Wir arbeiten hauptsächlich im orthopädischen und arthroskopischen Bereich. Darüber hinaus haben wir spezialisierte Schwerpunkte. Das eine ist ein Lidchirurgischer Schwerpunkt. Da arbeiten wir mit einem Spezialisten zusammen, der auch Präsident der Deutschen Gesellschaft für Lidchirurgie ist. Der erfahrene Lidchirurg Dr. Aral vertraut ebenso seit Jahren dem Team der Kuniberts Klinik. Ich operiere meine Lidpatienten in der Kuniberts Klinik in Köln. Hier habe ich beste operative Voraussetzungen und interdisziplinäre Möglichkeiten, wo auch Patienten bei Bedarf stationär aufgenommen bis hin zur Intensivversorgung betreut werden können. Eine seiner Patientinnen ist Frau S. Sie hatte sich für eine Operation am Augenlid bei Dr. Aral entschieden. Ich habe mich zu dieser Lid-Operation entschlossen, weil ich möchte einfach wieder aussehen wie früher. Frisch, dynamisch, nicht immer gefragt werden, geht es hier heute nicht gut, geht es hier schlecht. Und ich möchte auch nicht mehr beim Autofahren unsicher sein, dass ich den Verkehr nicht genau kontrollieren kann. Ihre Operation fand ebenfalls in der Kuniberts Klinik statt. Die beliebte Privatklinik befindet sich am Standort des St. Marien-Hospital. So kann eine ganzheitliche Betreuung der Patienten garantiert werden. Wir begleiten die Patienten, wenn hier wirklich durchgehen. Das fängt mit der Aufnahme im Sekretariat an, mit dem Vorgespräch zur Narkose. Und es sind dann die gleichen Personen, die den Patienten begleiten, in den OP hinein. Wir sind die ganze Zeit dabei. Das komplette Team bestehend aus OP-Schwestern, Anästhesie-Schwestern, Anästhesisten. Für eine hohe Qualität des Aufenthalts sorgt das modern eingerichtete Patientenzimmer. Neben allen modernen Narkoseverfahren werden hier auch Alternativen, wie zum Beispiel Hypnose-Narkose, angeboten. Frau S. ist begeistert von dem Ergebnis und dem kompletten Ablauf. Ich hatte eine tolle Aufnahme im Krankenhaus. Ich bin sehr gut betreut worden. Es war für mich ein kleines Rund- und Wohlfühlpaket. Und ich kann es nur jedem empfehlen, sich wirklich an die Spezialisten zu wenden. Für mich war das genau richtig. Für mich hat das ja einlica Rund- und Wohlfühl 들어gelienenzed, so was sie sich über den Narodisten, an seine Seite in den气istischen Jamaica kompletten. War drauf. Für mich ist schmerz einfach meinерт dio- und Åh Schmerzen mit mir in der halte Evaluungen, aux wenəures pour supersizei ein paar Schmerzen die nicht gleiche zu tun. Nach dem Guscum, hast du gereicht gemacht wird, vom Leser die Medaü congress- und starrenalu sinus ist normalerweise. Sie haben einen Reser als eine Stuges-Seite verwendet.